Pssst! Hört ihr das? Die wundervollen Klänge der Natur, der Wind, wie er durch die Blätter weht, die Vögel, wie sie fröhlich zwitschernd, elegant durch die Baumwippel gleiten und sich in der unendlichen Weite erfreuen. Ist diese Welt nicht wunderschön? Ja, die Antwort lautet leider nein, denn es gibt immer noch Idioten, die scheiße wie das hier posten. Sachen machen, die nicht typisch für Frauen sind. Kein Problem damit zu haben, den ganzen Tag vorm Computer zu sitzen und zu chillen. Ach nee, solange es eine Frau macht, ist es okay und süß, aber wenn es ein Typ macht, ist er direkt ein Kacknerd ohne Leben oder was. Haha, hier. Deine Freundin schminken. Ey, das ist gar kein Just-Girl-y-Thing, das macht doch uns Jungs Spaß, guck. Backen, wenn dir langweilig ist. Das ist so ein wunderschönes Beispiel dafür, was zeigt, wie kaputt Frauen eigentlich sind. Als erstes kommt dieser Post. Als nächstes wird dann das hier gepostet. Schönheit kommt in allen Größen. Und als dritten Schritt haben wir dann auch das hier. Den perfekten Strandkörper haben wollen. Frauen sind nie zufrieden, man kann sie nicht zufrieden bekommen. Das ist unmöglich, das ist so eines der zehn Gebote. Deine Frau kann nicht zufrieden sein. Das wusste schon Jesus, deswegen war er schwul und hing immer mit seinen elf Typen da rum. Ist einfach so. Lern zu surfen. Mit Füssen schwimmen. Ich kann's kaum erwarten. Sich fragen, warum er dich nicht auch mag. Hm. Na, vielleicht bist du einfach hässlich. Hast du da mal dran gedacht? Wahrscheinlich, weil du den ganzen Tag Muffins backst, wenn ihr langweilig ist. Das ist wirklich so. Ah.